Der Countdown läuft für die Fans hochwertiger Unterhaltungselektronik, denn vom 10. bis 12. Mai 2013 öffnet wieder die High End im MOC in München ihre Tore. Mit über 350 Ausstellern hat sich die Messe mittlerweile zu einem beliebten Schaufenster der Branche entwickelt. Gleichzeitig ist sie ein zentraler Treffpunkt für Hersteller, Importeure, Vertriebe, Zulieferer und Händler aus aller Welt. Wir haben über viele Jahre immer den Standpunkt vertreten, wir sind die größte europäische Messe auf unserem Sektor, was zweifellos richtig war. Heute möchte ich einen Schritt weiter gehen und zum Ausdruck bringen, dass wir aus meiner Sicht eindeutig und zweifelfrei weltweit die Leitmesse für unsere Branche sind und der wichtigste Branchentreff des Jahres. Eines der Highlights der High End 2013 wird die Präsentation des preisgegrünten Multimedia-Projekts Lichtmond sein. Bei dem perfekter Surround-Sound auf reale 3D-Bilder trifft. Damit baut die High End auch die Brücke zum hochauflösenden Bild. Ein perfektes Bilderlebnis versprechen auch die Geräte mit 4K-Technologie von Sony, die es auf der Messe zu bestaunen geben wird. Hochwertige Unterhaltungselektronik ist stark gefragt und davon profitiert auch die High End in München. Es wird immer jemanden geben, der etwas billiger herstellen kann und preiswert verkaufen kann. Und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, sind die gerechte Beute solcher Machenschaften. Letztlich kann wirklich niemand die bessere Qualität zu einem niedrigen Preis anbieten. Und insofern meine ich, dass es sich immer lohnt, ein wenig mehr Geld für bessere Qualität auszugeben. Das gilt für alle Lebensbereiche genauso wie auch für unsere Branche. Die High End bietet ihren Besuchern auch dieses Jahr wieder zahlreiche interessante Vorträge, Präsentationen, Vorführungen und Workshops mit hochkarätig besetzten Referenten rund um das Thema Unterhaltungselektronik. Und selbstverständlich wird es zur High End 2013 auch wieder zahlreiche musikalische Darbietungen geben. Angefangen von mächtigen Alphornklängen über attraktiv und charmant dargebotene Lounge- und Unterhaltungsmusik aus Pub, Rock und Klassik bis hin zu feinstem Blues und Folk. Damit bietet auch die 32. Ausgabe der High End ein buntes und abwechslungsreiches Programm für alle Liebhaber audiophiler Inspirationen.